In diesem Video geht es um das Fränkische Reich. Ich erkläre dir, was das war und wie es entstanden ist. Außerdem erhältst du weitere nützliche Informationen über den Verlauf und das Ende. Das Fränkische Reich war ein bedeutendes politisches Gebilde in Europa, das von etwa 500 n. Chr. bis 843 n. Chr. existierte. Das Reich begann als eine Gruppe germanischer Stämme, die später als Franken bekannt wurden. Sie lebten ursprünglich in dem Gebiet, das heute Teile der Niederlande, Belgiens, Luxemburgs und des Westens Deutschlands umfasst. Die Franken traten erstmals im 3. Jahrhundert n. Chr. auf und waren ein Zusammenschluss mehrerer germanischer Stämme. Sie waren bekannt für ihre Fähigkeiten als Krieger und expandierten schnell in nahegelegene Gebiete. Einer der bekanntesten fränkischen Könige war Clodwig I., der von 482 bis 511 regierte. Er vereinte die fränkischen Stämme unter seiner Herrschaft und konvertierte zum Christentum, was die Beziehungen zu den benachbarten christlichen Reichen, insbesondere dem römischen Reich, verbesserte. Einer der bedeutendsten Könige des fränkischen Reiches war Karl der Große. Er regierte von 768 bis 814 und erweiterte das Reich enorm. Unter seiner Führung eroberte das Fränkische Reich große Teile West- und Mitteleuropas, einschließlich Gebieten, die heute Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Belgien und Italien sind. Karl der Große war auch für seine Reformen in Bildung, Verwaltung und Recht bekannt. Er förderte die Schaffung von Schulen und legte großen Wert auf Bildung, weshalb seine Regierungszeit oft als Karolingische Renaissance bezeichnet wird. Nach dem Tod von Karl dem Großen entstanden innerhalb des fränkischen Reichs Machtkämpfe. Sein Sohn Ludwig der Fromme erbte das gesamte Reich, aber nach dessen Tod, 840, wurde das Reich unter seinen drei Söhnen aufgeteilt. Dies führte zum Vertrag von Verdun im Jahr 843, der das Ende des Vereinten Fränkischen Reiches markiert. Das Reich wurde in drei Teile geteilt. Westfranken, das im Wesentlichen zum heutigen Frankreich wurde, Ostfranken, das später zum Heiligen Römischen Reich wurde, und Mittelfranken, das die Gebiete zwischen diesen beiden umfasste und schließlich zwischen ihnen aufgeteilt wurde. Obwohl das Fränkische Reich nicht mehr existiert, hat es einen tiefgreifenden Einfluss auf Europa gehabt. Es legte den Grundstein für die Nationen Frankreich und Deutschland und beeinflusste die politische und kulturelle Entwicklung Europas in der Folgezeit. Der Einfluss des Fränkischen Reiches ist bis heute spürbar, insbesondere durch die Verbreitung des Christentums, die karolingische Bildungsreform und die politischen Strukturen, die es hinterlassen hat. Untertitelung des ZDF, 2020